So, das neue Update ist da und ich habe gesehen, dass ein paar alte OG-Shit zurückgekommen sind. Das ist hier auf jeden Fall der neue Shop. Es gibt den neuen Skin, Guaco. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, die Augen im Tucklo drin. No, naja, fängst du auf jeden Fall nicht. Creator Code, ARENFN, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Mega viele von den Leuten, die meine Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, fängst du auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Achso, und der Roboter ist gerade vorübergehend deaktiviert. Ja, ich hoffe, der bleibt für immer weg. Naja, ich würde sagen, los geht's mit dem Video. So, also was ist jetzt alles neu? Einmal Greasy Grove. Dann, was ist Gefängnis? Und Moisty Palms? Okay. Okay. Äh, komm, ich würde sagen, ich lande einfach direkt Greasy Grove. Alter, das war so klar. Die halbe Lobby geht mit. Was? Alter, ich habe nur Schüsse. Hä? Oh, Lila Sky Strupe. Hä, was ist das denn? Ey, kann ich mal aufhören? Ich guck mir, der spitzhackt mich fast. Komm. Perfekt. Ja, was ist das denn mit dem Tanzen? Ja, komm, reicht's. Hä? Der hat keine Waffe? Was? Ja, direkt der Nächste. Tyk, er hat ein HP. Was? Was ist denn mit dem los? Oh. Ja, komm, reicht's doch. Endlich. Aha. So, komm her. Hä? Ja, toll. Was? Die ist auch wieder da? Nein, oder? Taktische Maschinenpistole. Ey, das Update ist ja anders, gell? Ah, da vorne geht's ab. Weiß nicht, soll ich die Granaten benutzen? Ah, nee. Digga. Natürlich gibt er mir noch einen Hit. Ah, das Gefängnis ist noch in der Zone. Da könnte ich eigentlich noch hingehen. Boah, da oben in der Metal Race came safe einer. Ja, komm, ich geh doch mal hin. Hat er mich? Ja, okay. Äh, die Southpacks. Äh, ja, komm. Warte mal, von da irgendwo hat doch einer gesnipet. Ja, okay, da vorne sind die zwei Letzten. Digga. Komm her, Junge, das bringt dir doch gar nichts. Was soll ich mit dem machen? Also komm, ich hol mir erst mal den Loot von dem da rum. Oh, da kann ja noch was. Gut. Ich hoffe, euch hat's mir gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das neue Update findet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Kommern. Tschüss. Vielen Dank.